Hallo liebe Fußballfreunde, Thema OJON Berlin Bundesliga 2023, 2024, drittes Spieltag OJON Berlin gegen RB Leipzig, Ergebnis 0 zu 3 Staat 11 von OJON Berlin, Rönwe, Dori, Knorre, Diko, Laite, Jutifik, Kral, Kostens, Vorland, Laiduni, Berens, Forfna, Staat 11 von RB Leipzig Les Blavis, 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 Hinrichs, Zimaken, Orban, Ram, Schalager, Kemmel, Exafi, Dani, Olmo, OJON Berlin gegen RB Leipzig, 19.19 Uhr . Vielen Dank.